Frage zur Geopolitik. Wo sehen Sie den nächsten großen Konflikt mit entsprechend globalen Auswirkungen? China, Taiwan mal ausgenommen. Nun, der wahrscheinlichste Krieg, hätte ich gesagt, war klar Nagorno-Karabach. Das ist jetzt naheliegend, aber das ist jetzt wohl auch gleichzeitig erledigt. Mit gleichem Umfang, mit großer Auswirkung könnte die Geschichte sein mit dem Staudamm in Äthiopien. Äthiopien hat einen riesigen Staudamm in dem Nil gebaut, um damit den Großteil seines Landes mit Strom versorgen zu können, vor allem wo sie bislang noch keinen Strom haben. Und das sorgt dafür, dass mehr Wasser verdunstet und dass während des Auffüllens des Dammes zusätzlich noch weniger Wasser hinunterfließt, sowohl durch den Sudan als auch durch Ägypten. Und hier hat die ägyptische Regierung bereits offen mit Militäreinsätzen gedroht, um das zu verhindern. Der Damm ist inzwischen fertig und wird befüllt. Und Ägypten wollte, dass sich der Sudan viel mehr Zeit damit lässt. Und Sie können sich natürlich vorstellen, das ist ein Rieseninvestment. Und es fängt erst dann an, Strom zu produzieren und damit Geld zu machen, wenn es gefüllt ist. Das heißt, auf äthiopischer Seite ist im Prinzip der Antrieb, die Motivation da, am besten ihn komplett zu schließen, damit er sich in sechs Monaten füllt, nicht in so und so vielen Jahren. Und für die Ägypter wäre es am liebsten, sie würden sich 30 Jahre lang damit Zeit lassen, ihn zu füllen. Und das könnte relativ schnell militärisch eskalieren, zumal beide Seiten ein Stück weit auch in den sich entwickelnden sudanesischen Bürgerkrieg involviert sind. Und dort, so wie es aussieht, unterschiedliche Seiten gegenseitig unterstützen. Und da kann das dann auch mit eine Rolle spielen. Das, denke ich mal, könnte eine größere Konsequenz haben. Andererseits muss man dann sagen, wen außer Ägypten, Sudan und Äthiopien würde es realistischerweise betreffen. Deswegen wird nicht der Verkehr durch den Suezkanal stoppen. Das heißt, ob das in einem vergleichbaren Maße ist, sehe ich nicht. Ich meine, wir können jetzt wild hypothetisch sein, neuer Koreakrieg, Süd gegen Nordkorea, wäre natürlich eine Katastrophe. Aber der ist nicht allzu wahrscheinlich, dass der gerade ausbricht. Mit entsprechenden globalen Auswirkungen vergleichbar sehe ich eigentlich aktuell nur China, Taiwan. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu müde oder was auch immer, um nicht auf den offensichtlichen Konflikt zu kommen, den manche von Ihnen jetzt vielleicht sich vorstellen. Ich meine, es gäbe noch andere. Mit Venezuela hat wieder betont, dass halb Surinam ja eigentlich Venezuela gehört und solche Geschichten. Aber Venezuela als größer Ölproduzent könnte natürlich im Falle eines militärischen Vorgehens, was theoretisch ja Sinn ergeben könnte für Maduro, um sozusagen die Hochgefühle, die nationalistischen Gefühle seines Landes anzukurbeln. Solche Dinge könnten theoretisch große Auswirkungen haben. Aber ich halte es nicht für sonderlich wahrscheinlich, dass Venezuela sein Nachbarland ergreift. Das ist im jetzigen Zeitpunkt. Und wenn ich schaue, die kleineren Konflikte in Afrika, jetzt mit Niger zum Beispiel, wo nach wie vor, jetzt hat Frankreich gerade erklärt, es zieht seine Truppen ab bis Jahresende, selbst wenn das noch zu einer Militärintervention kommt, ich sehe nicht, dass die ganze Welt davon betroffen wäre. Dann würde Terrorismus in den Staaten etwas steigen. Es wird vielleicht mehr Flüchtlinge geben. Aber dass es in einer vergleichbaren Art und Weise wäre, denn warum ist es denn vergleichbar? Warum sind denn die Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges so groß? Die sind so groß, weil sie innerhalb Europas sind, damit eine der reichsten Weltregionen direkt davon betroffen ist, sich direkt bedroht fühlt, direkt mit Flüchtlingen zu tun hat etc. Ob jetzt die Republik Kongo mit der Demokratischen Republik Kongo in Krieg führt oder ob Namibia und Angola oder was weiß ich, irgendwo halt in Afrika oder auch ob Kambodscha und Thailand seine Grenzgefechte, die ab und an ja stattfinden, ob die jetzt eskalieren. Das wird für uns nicht von so großer Bedeutung sein. Denn ganz ehrlich, was wird uns das für Bedeutung haben, wenn sie nicht gerade ein Zuschauer aus Thailand sind, dann wird es für sie nicht, und selbst dann werden sie wahrscheinlich an den von der Grenze entfernten Gebieten keine großen Probleme haben, weil die Streitkräfte Thailand stark genug sind, um irgendwelche Überraschungsangriffe Kambodschas an anderer Stelle zu beeinflussen. Also die Auswirkungen sind so groß, weil wir es a innerhalb Europas in den Krieg haben und damit eine reiche Weltregion beeinflusst ist. Und die sind auch groß, weil diese reiche Weltregion sich entschieden hat, darauf zu reagieren. Die könnte es ja auch ignorieren. Stattdessen hat sie wirtschaftliche Maßnahmen getroffen. Sie versucht, vom russischen Rohstoffen wegzukommen, was die Preise steigen lässt, was neue Herausforderungen stellt. Alles sind ja Auswirkungen, die nur dadurch so groß sind, weil sie in Europa sind. Und das andere ist natürlich, weil Russland daran beteiligt ist. Das heißt, eine der Großmächte sitzt im Weltsicherheitsrat, eine der größten Streitkräfte der Welt mit Atomwaffen etc. Das heißt, um auf einem Niveau vergleichbar zu sein. Ja gut, man könnte jetzt noch Indien und Pakistan nennen. Das wäre wahrscheinlich anbietend sich ansonsten. Da hätten wir nochmal zwei Atommächte, wenn das irgendwie eskaliert. Aber da ist zum Beispiel, da wirken die Atomwachen ein Stück weit stabilisierend. Denn Indien wird nicht seine militärische Überlegenheit ausnutzen, um nach Islamabad zu gehen und das Problem in Anführungsstrichen ein für allemal zu lösen, damit Indien ab sofort eine gemeinsame Grenze mit dem Iran hat. Denn das würden die pakistanischen Kernwaffen genauso verhindern wie die chinesischen. Weil die Chinesen dort nicht zuschauen würden. Das wäre vielleicht noch in Ansatzweise vergleichbar. Aber ich denke eben, wenn wir nicht Indien und Pakistan nehmen und China, Taiwan gilt auch nicht, dann gibt es nichts Vergleichbares in seiner Wirkung. Und auch Indien und Pakistan muss keineswegs mit der gleichen dramatischen Wirkung auf uns, die gleiche dramatische Wirkung auf Europa und Nordamerika haben, wie es der Krieg in der Ukraine hat. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.